Es geht um Weihnachtskalender. Ich habe erste Türchen aufgemacht. Kalender heißt Porticole. Ich habe erste Türchen aufgemacht. Es ist Marshall drinnen. Und heute habe ich aufgemacht. Schnurrbord, Marshall da drauf sitzen. Von Schnee runterfahren. Lumbord Art Schnee. Ich weiß gar nicht, wie das aussprechen geht. Das ist meine zweite Türchen. Das werde ich immer wieder machen. Ich gehe mal zeigen. Das werde ich alles noch aufnehmen. Und erste Türchen habe ich Marshall raus. Und zweite ist gerade draußen. Und davon. Und Marshall. Name heiße Pat-ge-quoll. Pat-roll. Viel Spaß von diesem Video. Das werde ich alles aufnehmen. 이는 5 Verdun. Ciao. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.